Musik Der Bezirk Turin, der unmittelbar an die Bundeshauptstadt Wien angrenzt, zählt zu der prosperierendsten Region Niederösterreichs Und mittendrin die Gartenhauptstadt Österreichs Tulln wächst über sich hinaus Und über all die Jahre, die wir in der Vergangenheit sehen und die wir auch auf uns zukommen sehen sind wir davon überzeugt, dass diese Region, diese Stadt für jeden Investor zukunftsbringend, kanditrächtig und erfolgreich sein wird Die Stadtgemeine Tulln ist Partner der Unternehmen Und wir sind für unsere Betriebe da und bieten Hilfeleistungen für alle möglichen Anliegen Musik 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 Tag für Tag werden in Österreich Wiesen und Feld im Ausmaß von rund 20 Fußballfeldern unter Asphalt begraben Auf der anderen Seite haben wir einen Leerstand von mehr als 40.000 Hektar Die Revitalisierung der leerstehenden Immobilien, wie ein Beispiel des Industrieareals Goldman in Tulln, ist daher ein Gebot der Stunden Das schont die Umwelt und sichert gleichzeitig Arbeitsplätze in der Region nachhaltig Ich gratuliere der Realvision zu diesem nachhaltigen Entwicklungsprojekt Die Vermarktung dieses besonderen Standortes beginnt am 1. Juni 18.000 Quadratmeter schwerlastfähige Hallen, fast 5.000 Quadratmeter Büroflächen, die für Sie individualisiert werden Ganz maßgeschneidert führend bedarf Sichern Sie sich Ihren Zukunftsstandort hier in Tulln Und bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020